Die Government Bots werden strukturierbare Prozesse automatisieren. Alles das, was sie heute machen, wenn eine Baugesuche eingeht, dann geht man mal einher und schaut, ob das alles mit dem Gesetz übereinstimmt. Das kann zukünftig einen Roboter. Also, nicht einen Roboter, sondern einen Algorithmus. Das ist einfach Software. Das müssen sie nicht mehr machen und das werden sie auch nicht mehr machen. Sie können sich dagegen wehren, aber es passiert gleich. So etwas wird ersetzt werden, das ist ganz klar. Was zurückbleibt, ist kreativer Service. Die Leute, die jetzt in der Verwaltung sind, können mit den Bauherren über kreative Sachen sprechen, nicht über Abstände. Das macht der Roboter.